Guten Morgen! Hier ist dein heutiger Kuss aufs Ohr zum Thema Reichtum. Öffne deine Augen und dein Herz für den Reichtum, der dich umgibt. Nimm Teil am Reichtum des Lebens. Du kannst noch viel mehr Fülle in dein Leben einladen, wenn du deine alten Überzeugungen transformierst. Wir alle haben eine alte Einstellung zu Geld und Reichtum. Diese generationsübergreifenden Überzeugungen gelten nicht mehr für unsere jetzige Gegenwart und erst recht nicht für die Zukunft. Sätze wie, du verdienst sowieso nichts, du verarmst im Alter oder du musst hart arbeiten für dein Geld, sind Schnee von gestern. Sage dir, ich nehme am Reichtum des Lebens teil. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Deine Michaela Merten Ich wünsche dir, du verdienst das Aufmerksam-Nanгр körbevor passen.